Herzlich Willkommen beim Projekt Wings der Rundelsberger Diakonie. Wings wird gefördert durch die evangelisch-lutherische Landeskirche in Bayern und durch Aktion Mensch. Durch Wings erhalten von Wohnungslosigkeit bedrohte Alleinerziehende und ihre Kinder vielfältige Unterstützung mit dem Ziel einer gelungenen und dauerhaften Integration in einem neuen und kindgerechten Wohn- und Sozialraum. Eine Wohnung als sicherer Ort für die Familie, um sich mal zurückzuziehen, aber auch ein Ort, um Freunde einzuladen und verlässliche, dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Ein Ort, der es einer Familie erst ermöglicht, die Zukunft zu gestalten. Viele unserer Alleinerziehenden leben inzwischen in einer eigenen Wohnung. Bei Fragen auf dem Weg dahin standen ihnen Ehrenamtliche beratend zur Seite. Wir suchen sie, um diesen Weg zu begleiten. Es handelt sich hierbei um eine vertrauensvolle Beratung, um Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht sie suchen eine Wohnung, sondern sie begleiten eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater auf ihren Weg, bis hin zu einer gelungenen Integration im neuen Sozialraum. Unsere Ehrenamtlichen werden geschult und begleitet durch die Projektkoordinatorin. Sie sind eingebunden in ein Team von Ehrenamtlichen mit regelmäßigen Treffen im Projekt Wings. Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten mehr erfahren, dann melden Sie sich unter 0151 18 44 52 18 oder per Mail. Herzlichen Dank!